Bekommst du auf deiner Schule auch schon die neueste Technik anvertraut? Lässt man dir genügend Freiraum, um dich auszupowern? Hast du genügend Platz, wo du Bock auf Lernen bekommst? Das ist die Ludwig-Erhard-Schule in Moosbach. An unserer Schule kannst du unter fünf Schularten die für dich passende auswählen. Wirtschaftsgymnasium, Berufskolleg, Berufsfachschule Wirtschaft sowie die Berufsschule Wirtschaft und Gesundheit. An der LES lernen wir die wirtschaftlichen Prozesse und wie Unternehmen funktionieren. Wirtschaft für die Welt von morgen, ödes Lernen war gestern. Hier darfst du mit aktueller Technik arbeiten. Die moderne Ausstattung mit iPads, Apple TV oder Visualizer und gut ausgestattete Computerräume ermöglichen einen abwechslungsreichen und multimedialen Unterricht. Den Umgang mit neuen Medien lernen wir ganz nebenbei. Du willst chillen, entspannt snacken und Smalltalk zwischen den Lerneinheiten muss auch sein. An der LES wird bestens für dein leibliches Wohl gesorgt. Unser Schulbistro ist in der gesamten Umgebung das beliebteste. Hier gibt es herzhafte und süße Leckereien, die du in den Pausen drinnen und draußen genießen kannst. Im Team zu lernen bringt den richtigen Kick. In unserem Lerntreff kannst du mit deinen Freunden Themen gemeinsam ausarbeiten. So bleibt nichts auf der Strecke und du kassierst am Ende gute Noten. Wir können nicht nur Wirtschaft. Bei den Naturwissenschaften legen wir Wert auf einen interessanten und praxisorientierten Unterricht, um unseren Schülern nicht nur die graue Theorie, sondern auch die grüne Praxis zu zeigen. Zur LES gehört noch viel, viel mehr. In unseren Juniorenfirmen, Bistro, Lern-LES oder im Weltladen lernen und steuern wir praxis- und realitätsnah die wirtschaftlichen Abläufe und verantworten den Erfolg in der Realität. Hier kann sich jeder einbringen und erste kaufmännische Tätigkeiten ausführen. Eine bessere berufliche Vorbereitung gibt es nicht. Abwechslung muss sein. In unseren Sporthallen ist für jeden was dabei. Egal ob Fußball, Basketball oder moderne Sportarten wie Jumping – für Abwechslung ist gesorgt. Hier macht der Sportunterricht richtig Spaß. Man trifft sich – morgens im Klassenzimmer, in der Pause im Bistro. Ihr wollt mit euren Freunden eine Runde kickern oder eure Tischtennis-Skills zeigen? An der LES gar kein Problem. Langweilig wird sie nicht. Auf der LES wird für genügend Abwechslung gesorgt. Fördern und fordern – das ist unser Motto. Wir stärken dich, damit du die Unterrichtsthemen verstehst und besser umsetzen kannst. Niemand bleibt auf der Strecke. Und gemeinsam erreichen wir deine Ziele. Nicht jedes Thema liegt einem im Blut. Wir wiederholen das nochmal alles. In der LES begegnen sich Lehrende und Lernende auf Augenhöhe. Immer bereit, unser Wissen zu teilen und im Teilen zu vermehren. Ein Lernen in Eigenverantwortung und Selbstmotivation bringt uns Erfolg. Deckungsbeitrag, Aktien, Steuern, Bausparvertrag oder Kryptowährungen. Finanzielle Bildung steht bei uns ganz vorn. Wir brauchen Menschen, die uns begleiten und uns gleiche Chancen geben. Egal woher wir kommen, welche Anschauung wir haben, welche Sprache wir sprechen. In unserem Schulalltag kommt es auch auf Werte und offene Kommunikation an. Sich aufeinander verlassen können, Teamwork, Fairness, Offenheit, zeigen ein echtes Miteinander. Dafür steht die LES. Ein nahtloser Übergang von Schule zu Ausbildung und Studium ist jederzeit möglich. We want to educate you. Das ist die LES. Eine Schule, die dir eine Perspektive für deinen Beruf oder dein Studium gibt. Auf geht's! Deine Zukunft beginnt hier. Dieels. Und die auf geht's. ... ... LES.